Oh, er kriegt Er kriegt einfach Messi Digga, er zieht einfach Messi Einfach FIFA ausgedribbelt, Digga Einfach EA ausgedribbelt Junge Digga, er spielt Er spielt 4, 5, 6 Monate kein FIFA Dann geht er wieder rein Und zieht einfach Messi Das ist so krank, Digga Das kannst du keinem erzählen Er braucht eine 85er Bewertung Und gibt da eine 90er Bewertung rein Das ist der Hammer Junge, er gibt Messi ab Hallo Er gibt Messi ab Er gibt einfach Messi ab Ihn juckt es nicht Guck mal, wie ihm einfach gar nichts juckt Das ist doch krank Er gibt einfach Messi ab Er zieht ihn gerade Oh, mein Gott, Digga Ey, Digga, allein das Du regst dich heute nicht auf Du regst dich heute nicht auf Nein, nein, nein Du regst dich heute nicht auf Du regst dich heute nicht auf Du regst dich heute nicht auf Ach so, ist das ein Scheißspiel Ich hasse Ich hasse Es spiel, Mann Es kotzt mich an Ohne Witz Der Typ ist mit Null Neun Was? Digga Also jetzt Spätestens jetzt Digga Was? Den Grunde würde ich auch immer ausknitten Krass, go, hab ich schon RONALDO 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 In Rot RONALDO Oh mein Gott, Diggi Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Ich hab RONALDO gezogen Was geht ab? Oh, Digga Oh mein Gott Oh, was geht? Was geht ab? Was geht ab? Der geht rein Also ohne Witz Was mit dir Ey, nee, Digga Also da kann man auch keine Verständnis zeigen Macht einfach keinen Sinn Macht einfach keinen fucking Sinn Guck es dir an Also Digga Ey Neeeein Dieses Spiel Dieses Spiel, Alter Schön Endlich Im Juli Und Ja, der ist auch in Ordnung Der Pull Krasse Elite Rewards Wirklich Es ist Juli Er stolpert Ist egal Er ist direkt wieder anspielbar Und schneller als mein andere Linio Ich tackle ihn nochmal weg Ist egal Auf einmal fliegt er Ja Da hat er dann den Besen von Harry Potter in seinem Arsch Da tackle ich ihn nochmal weg Und Was auch immer Ramos da macht Wieder ein Foul Ach, fickt euch, Alter EA Sports Mach jetzt einmal Brasil Bitte 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 KK Ja, Junge Da sind wir doch endlich Moments KK Ganz will Endlich Na Oh Gott Der Cooler da rein Gibt's ja nicht Ah Achso Ah, versteh So ein Ding ist das also Ah Jo Genau Moin FIFA Deutschland, Digga Also ganz ehrlich Dieses Rotz Game Was ist das denn Komm, gönn noch Ich will noch was krasseres Ich will noch Ja, wenn du machst wild Aber ich will noch was krasseres Ja Ja, ja, ja Weiter, weiter Uh Und jetzt Jetzt, jetzt Komm Ja Let's go Oh mein Gott Wie gut ist das denn gebaut Hilfe Oh mein Gott Das ist Oh, was Es ist einfach perfekt gebaut Vom Rating und so Vom Chemie alles Ah ne 88er Rating Oh Wir können sogar noch ein bisschen runtergehen Warte mal kurz Es ist einfach perfekt gebaut Jetzt hat er einfach noch einmal Kranken Composure Boost bekommen Kann das verklippen Das ist doch das perfekte Beispiel Dass diese Version nicht richtig funktioniert Dass die asynchron ist Oder was auch immer Was Hä, wohin Ach du Scheiße Ja, und jetzt wissen wir auch wieder Wo wir gelandet sind Saftladen hier Genau das ist es, Digga Wohin spielt er den Börd Meine Fresse Ich hab doch keinen Bock auf die Scheiße 3, 2, 1 Let's go Okay, Moments Kante nah ist okay Ah hier, Film den hast du Hier ist einiges los Doch so in den Klasse Jetzt direkt Na moin Okay, Mitchell Wollen wir bei 21 Minuten 44 Minuten und 40 Sekunden suchen Jetzt runterspielen So, clip Clip das bitte, Jungs Jetzt ist alles zu spät Moments, oder? Wie Ja Was? Den Keller kann man doch auch dekorieren Den Keller kann man auch dekorieren? Den kannst du ja wohnen so lächerlich was ist das ihr eSports was soll das was ist das eSports ich sehe gar nichts ich sehe nicht mal den ball was für ein laden ey uuuuuhhh klip oder ist alles gleich bitte bitte mein gott wirklich ich kann nicht trinken das ist Wahnsinn bitte bitte bitte